Der kommt hoch! Nee, warte. Der ist da! Hi und herzlich willkommen zu Part 7! Moin moin! Ja, wir spielen weiter bei Resident Evil und wir sind unter der Polizeistation inzwischen. Wir waren die ganze Zeit noch oben und haben jetzt den Weg nach unten gefunden. Aber wir haben auch ein bisschen frische Luft schon geschnüppelt oben. Das stimmt, ja. Wir waren kurz mal an dem Tor. Wir haben eine wunderbare, kleine, süße Maus kennengelernt. Wie hieß sie noch gleich? Keine Ahnung. Aber ich erinnere mich an den fetten Sack. Ja, Sherry. Und Sherry wurde von diesem fetten Sack entführt. Chief Inspector Irons. Genau, ja. Der hat einfach dieses Mädchen entführt und wir wollen sie wiederholen und sie retten vor diesem Typen, weil wir müssen sie zu ihrer Mama bringen. Und wir sind jetzt gerade nochmal ein Stück zurückgelaufen und haben hier gespeichert. Deswegen starten wir jetzt auch natürlich hier. Ja, die Munition ist auf jeden Fall knapp. Ja. Und ein Ding noch, bevor du weitersprichst, sorry. Wir hatten im letzten Video ein paar Soundprobleme, da hat es ein bisschen nachgehangen. Sollte mit diesem Video auch wieder behoben sein. Sorry. Ja, sorry dafür. Es hat leider nicht so ganz geklappt. Haben wir natürlich auch erst gemerkt, als wir fertig waren. Komischerweise war die Renderauflösung auf 150 Prozent gestellt. Ich war es nicht. Mit Ultra-Settings ist es ein bisschen krass, dann gleichzeitig aufzunehmen und abzuspeichern und noch das Game laufen zu lassen. Deswegen kam es da zu ein paar Soundproblemen. Aber komischerweise lief alles eigentlich sonst super. Ja, keine Ahnung. Obwohl die Grafik so brutal eingestellt war. Egal, jetzt passt es auf jeden Fall wieder alles. Ja, jetzt können wir normal weitermachen und starten. Ach ja, und ich muss aufhören, dass ich jetzt immer das Mikro auffresse bzw. mit meinem Gesicht im Bildschirm drin hänge, weil ich aufgeregt bin, spiele ich immer so. Ist natürlich nicht so optimal, das beachte ich jetzt auch mal. So, aber nichtsdestotrotz, egal was. Wir gehen jetzt hier hoch. Haben wir jetzt eigentlich alles mitgenommen? Du hast nachgeladen noch im letzten Mal. Genau, ich habe nachgeladen. Wir haben jetzt noch genau zweimal Brandmunition. Wir haben den Revolver mit fünf Schuss. Ja, sehr schön. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier noch machen können, weil... Genau, machen wir nochmal kurz das Inventar auf. Ach, wir haben den Schlüssel. Wir gucken jetzt erstmal. Stimmt, den wollten wir benutzen. Ja. Ah ja, gut. Der ist ein bisschen verbogen, ne? Ich hoffe... War das jetzt hier hinten? Ja, nice. Ah ja, das ist der da, der blinkt. Okay, cool. Was ist das? Alter, geil. Was ist das? Ein Ding da dran. Schon mal 13 Schuss? Nee. Cool, das ist ein Laser. Das ist nice. Laserpointer. Mega. Inklusive 13 Schuss. Ach, die hatten wir vorher nicht? Dann haben wir insgesamt 26. Ah, okay. Können wir aus dem Revolver die Munition rausholen? Kannst du das mal checken vielleicht? Bestimmt geht das. kombinieren, untersuchen. Können wir... Ja genau, kombinieren wir mit der anderen Waffe. Oder machen wir untersuchen. Vielleicht können wir die auch ausnehmen oder so. rücksetzen. Nee. Okay, egal. Okay, wir gehen jetzt hier nochmal runter. Ja gut, dann haben wir noch ein paar Schüsse. Wir waren hier im letzten Part schon. War hier noch irgendwas? Nee, da war nix mehr. Haben wir alles aufgesammelt? Da war nur der Lift... Die Karte, gell? ...vom Police Inspector Iron. Und da sind wir nicht reingekommen. Die Tür war immer noch zu, ja. Okay. Brauchen wir noch einen Schlüssel für. Genau, da haben wir die Broschüre von dem... Chief Irons gefunden. Ja, das stimmt. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier wieder rein. Ja, und da hinten war auch noch eine Tür, aber die war abgeschlossen. Yay. So. Hier drin waren wir schon, gell? Ja. 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 Ja, ja, da haben wir die... Da sind wir nicht weitergekommen. Und da drin war der Lika, ne? Genau, den müssen wir jetzt... Wie komisch, ne? Ja, mit wegen seiner riesen Zunge halt, ne? Was schieß ich dann? Brandmuni oder La Pistola? Ich nehme die Brandmuni, ey. Zwei Schuss haben wir. Oder ich schieße nur einmal und schieße den Rest mit der Pistole. Ist das effektiv, meinst du? Ich meine, mit zwei Schuss ist er halt down, ne? Äh, hallo? Lädt sie nach, oder was? Gibt sich nackgeladen. Vielleicht geht er auch so schon tot. Ne, schieß! Ja, cool, mit dem Brandmuni ist das echt ein Ding. What the fuck? Was ist das? Keine Ahnung. Was war das denn? Was ist denn? Was ist denn hier? Okay, da ist irgendwas Böses. Oh fuck! Lika! Noch einer? Ja, Vorsicht, der kommt jetzt. Hier lang, schätze ich, ja. Komm! Nee! Komm schon! Oh fuck! Oh fuck, ich bin fast tot! Nimm dir's doch! Alter, das ist gut. Okay, weiter, weiter, weiter! Ja, weiter, weiter! Immer trufballern! Oh Gott, ich glaube nicht! Weiter! Ich kann nicht weg! Ich kann nicht weg! Ich kann nicht weg! Letzter Schuss! Anraden! Du bist fast tot, ne? Das brauchst du nicht nehmen. Ein Hit und, ähm, das war's. Vielleicht ist deine Theorie gar nicht so schlecht. Ähm, Brandmuni einmal drauf und dann mit der Pistole den Rest und dann für den zweiten Lika auch. Vielleicht ist hier irgendwas zum Heilen. Na, hoffentlich ist er tot. Ich geh jetzt mal gucken, ob ich irgendwas zum Heilen hier hab. Was ist das hier? Eine Leichenhalle, oder? Ja, ist jetzt auch. Fuck, ey. Ja, das sind auch überall schöne... Werke. Warte, hier kann man aufmachen. Irgendwas drin? Oh, Heilung, ey. Oh fuck. Der zuckt noch! Den mach ich nicht raus. Scheiße. Oh, was zum Heilen und Munizieren! Da hat er jetzt aufgehört zu zocken, oder was? Das war der nicht. Was war der da drüben? Der mitlachen Box. Hast du? Oh, da liegt was. Nehm doch. Da ist aber ne Musik, ne komische. Ey, nice! Endlich haben wir... Was ist denn jetzt los? Der Spaß. Hau ab, du bist fast tot. Ja, wie? Hau ab, wo so... Nee. Geh raus. Doch, geh raus. Ja, ich versuch's. Okay. Kommt jeder her? Leute, was soll ich denn jetzt machen? Eigentlich musst du rausrennen. Geh so... Durch, 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 durch. Rechts. Und raus. Am Blicker vorbei. Yep. Nice. Raus. Raus. Schneller. Oh shit! Fuck. Renn, 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 renn. Oh fuck, nein! Geh, geh vorbei. Links oder rechts, links oder rechts? Links, links, links. Wir geben ihn raus. Raus. Mach die Tür zu. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ey, wieso haben wir denn jetzt 13 Schuss wieder? Wir hatten 26 Schuss. Ach so, stimmt. Du bist raus, weil... Ich bin fertig. Komm schon. Was war das denn der Scheiße, ey? Wieso leben wir denn noch? Kann das sein? Das frage ich mich auch gerade. Rein, geh da. Ach so, wir haben jetzt nicht los. Den Schlüssel und rein da, ey. Wir müssen jetzt irgendwie erstmal schaffen, unsere Vorräte wieder aufzufüllen. Keine Ahnung. Gras, die das angegriffen hat. Uh. Ah! Ja, bringt nichts. Wieso? Ach, das ist so ein Giftding. Scheiße. Ja. Oh, da ist ein Schloss. Links. Hm, Schulter? Dings. Können wir das mit? Wow, Neisenstein. Cool. Okay, braucht aber jetzt mehr Slots, ne? Oh, Schießpulver. Aber das ist hochwertig. Das werden wir nicht kombinieren können. Können wir den Aufzug schalten. Ja, mach. Wir müssen auf jeden Fall dann nochmal runter, gell? Ja, aber mach trotzdem. Und, äh, tu die Schießpulverkombinierung. Wow, war das knapp, ey. Wir sind, ich hab, ich hab uns schon sterben sehen. Ja. Ich hab schon überlegt, was ich jetzt sag, wenn ich sterbe. Hier quer durchs Gesicht geslappt hab, dachte ich auch, das war's jetzt, ne? Hoffentlich kommen wir jetzt ins Polizarevier zurück und dann können wir die ganzen Türen öffnen mit dem. Oh, ja, das wär cool. Ähm. Das sieht nicht so aus, das Polizarevier. Doch. Oh, das ist auf jeden Fall ne Pflanze, die brauch ich. Heilung. Oh mein Gott, was ist hier passiert gerade, ey? Also, das ist nämlich... Was? Wenn wir es kombinieren, dann heilt es alles. Ja, aber mit was denn kombinieren? Wir haben noch was in der Kiste. Okay. Hast du recht. Oh shit, ey. Weißt du es? Weiß nicht, was du willst. Da kreucht schon wieder irgendwas. Ey, guck mal, ein Geheimgang. Das ist die Tapete. Ach, das ist so vom... Das ist dem Chief Inspector Irons, sein Raum. Der hat da so einen Geheimgang. Dieser kleine Wichser. Was für ein krasser Typ, ey. Dieser kleine Lump. Was für ein krasser Typ. Immerhin Chief Irons. Polizei Chief Irons. Für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Was? Schmiergel da. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie die Untergebenen weiterhin überwachen. Insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. Ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage. Dann wird schon alles glatt gehen. Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden. Was ist das denn? Selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G. Und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischen funkt. Erledigen Sie den verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe. Vorher nicht kapiert. Sie sind nicht unersetzbar. Ja, okay. G bedeutet das G-Virus. Uh. Nicht gut, wahrscheinlich. Nee. Weichern wir erstmal. Auf dem letzten Slot. Wird jeder Slot ausgekostet. Die lehlanen Kräuter kannst du auf jeden Fall erstmal rüberpacken. Ja. Wir brauchen die MP von da oben, glaube ich, noch. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Und du kannst den Granatwerfer auch rüberpacken. Der verbraucht gerade zwei Slots. Ja, wir finden aber ein paar Munition. Tierpräparationstagebuch. Ja, ist das wirklich interessant? Ja, überfliegen wir mal. Ein weibliches Schweinchen. Ja, gut. Sehr interessant. Ja. MP-Munition. Brauchen wir noch, ne? Ja. Wow. Haben wir jetzt richtig was? Ich meine, gut, die geht auch schnell weg, ne? Ja, aber 136 Schuss, schon mal was. Wollen wir den Granatwerfer zurücktun? Weil wir haben keine Muni mehr für den. Ich würde ihn mitnehmen. Okay. Da kommen wir nicht rein. Da haben wir noch keinen Schlüssel für. Der passt da, ne? Ne. Das ist so ein Herz. Herzchen, ja. Herzschlüssel. Okay. Puh, krass, ey. Alrighty. Dann gehen wir mal da raus. Sind wir? Im Museum. Diese Museumsteile sind wir jetzt. Oder? Was denn? Oh, was haben wir denn da? So geht der. Ist das? Ich probiere. Noch mehr. Oh, die Parkkarte. Die brauchen wir. Die Schlüsselkarte. Was fehlt uns hier? Zwei elektronische Chips oder sowas? Ja. Okay. Okay. War ein Bär halt, ne? Dodo! Hallo, Dodo! Ihr von Ark? Dodo ist da. Dodo. Ist da it. Brief des Reparaturservice. Oh. Ihre Beschreibung der elektronischen Türschlosses im Museum muss nach Wahrscheinlichkeit etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrenturms zu reparieren. Wir haben ihm ein paar Ersatzteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schief gehen oder Sie mehr benötigen, suchen Sie einfach im Uhrenturm auf. Ihnen im Uhrenturm auf. Also, Lagerraum Ost und Uhrenturm checken. Alter. Checkt mal bitte das Bild ganz genau. Geh mal um. Wir haben alle Schlüssel jetzt. Wie geil ist denn das, bitte? Geil. Ist echt cool. Vielleicht kommen wir jetzt in die Abkürzung. Weißt du? Die Abkürzung. Ja. Wir können alle Türen öffnen. Ja, das ist ziemlich cool. Wir finden ganz viel Munition. Immer noch ein bisschen verletzt, gell? Ja. Wir brauchen noch ein Heilkraut. Jo, mach auf. Oh, geil. Lass eine Wackelfigur abknallen. Mitten um einen Granatwerfer. Ja, geil. Gehen wir erst mal kurz runter. Da ist ein... Okay. Ja, wir gehen erst mal nicht hier runter. Weil dann macht er die Tür auf und dann macht er das Fenster auf, wenn wir vorbeilaufen. Dann greift er uns wieder an und dann haben wir wieder Aua. Ja. Wir gehen jetzt erst mal hier lang. Da kommen wir nicht lang. Da waren wir gerade, ne? Genau. Ach so. Da waren wir gerade, ne? Ja, genau. Wir gehen hoch, nämlich. Ich wusste es doch. Na gut. Wir sind ein bisschen erschöpft. Reda! Oh shit. Ja, noch geht's. Noch geht's. Was war der da? Links erst mal. Ah! Können wir kombinieren. Ja, ne. Können wir nicht. Geh noch mal ganz kurz zurück an die Kiste und schmeiß mal die ganze Scheiße rein. Und den Granatwerfer sollten wir dann auch da lassen. Wir können nicht weitergehen ohne freies Lotz. Naja, aber wenn wir dann einen Lücker sehen. Wo kommen wir denn da hin? Aber wenn wir dann einen Lücker sehen. Wo kommen wir denn da hin? Frag ich dich. Aber nicht in die Hölle, das sage ich dir. Ich dachte, da sind wir schon. Ist doch wunderschön hier. Haben wir noch weißes Schießpulver? Ich verstaue mal den. Ja, doch. Ja, aber da haben wir noch Munition drin. Nein, doch. Rüber mit dem Ding. Ne, haben wir nicht. Dann tu die MP Munition kannst du rüber. Ja. Breda auch. Wenn das hier so abgehackt ist, heißt das vielleicht, dass wir das nicht mehr brauchen? Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, guck mal, die sind auch abgehackt. Das ist voll geil. Das macht voll Sinn. Ja. Dann passt das. Ne, den Rest nehmen wir mit. Irgendwas hatten wir noch zum Wegtun. Du hattest irgendwas zum Wegtun. Ich war fertig. Die Bretter mitnehmen oder was? Die nehmen wir mit. Blendy? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Joa, klingt solide. Gehen wir hoch, ne? Ja. Nehmen wir das restliche Zeug mit. Auf jeden Fall die Muni, ey. Sehr gut. Die Blendy haben wir noch vergessen. Ne, die hab ich da mitgenommen. Das ist die einzigste, die wir haben. Ach, guck mal. Wir sind über den brennenden Dings. Ja. Wir können da rein jetzt wahrscheinlich. Ich meine, ich war nämlich vorher nicht reingekommen. Sollen wir jetzt sicher da schon rein oder sollen wir erstmal die andere Tür noch checken? Welche? Die da noch war eben. Ja, klar. Check die. Bevor wir dann da runter gehen. Nämlich diese hier. Das ist ein Zoll. Naja, wir gehen erstmal da runter jetzt. Aber es ist ein Lagerraum, ich meine. Komm, lass den hier reinkommen. Alter, noch einen. Der lebt noch. Du Arschloch. Da ist doch noch einer. Lad mal nach. Guck genau nach. Vorsicht, da steht wieder auf. Das war es jetzt aber nicht. Jetzt. Ich hoffe ja mal. Es reicht mir nämlich jetzt. Geh mal da noch dazwischen rein. Komm, wir können das vielleicht miteinander kombinieren. Was soll ich machen? Ja, ich muss jetzt nochmal einmal ablaufen. Dann steht der andere hinten wieder auf. Hm, meinst du? Ja. Dann laufe ich so ab, ja? Da ist die Kurbel. Oh, endlich. Großes Zahnrad. Oh, das sind zwei Slots in Anspruch. Das ist viel. Großes Zahnrad. Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwas mit der Uhr. Wir müssen ja in den Uhren truen. Ja, guck mal, hier ist noch mehr. Kann man das noch mitnehmen? Irgend. Nee. Bei der Uhr braucht man immer Zahnräder. Ja, das stimmt. Hast du das gehört? Ja, ich als alter Uhrenmacher. Guck, der steht wieder auf. Aber wir können hier mal kurz durchgehen. Nee. Okay, aber da können wir rumlaufen, oder? Wie viel Schuss haben wir jetzt noch? Ach, du kannst nochmal nachladen. Ja, komm, mach den Platz, damit er weg ist. Nice. Der ist definitiv down. Klick, klack, auf damit. Wir müssen aber noch runtergehen, ne? Ja, ja, klar. Oh, geil, noch mehr. Oh, wir haben wieder ein Messer. Eisig. Du kannst Space und 1 bis 4 drücken, dann hast du ne. Genau, gedrückt halten und dann 1 bis 4. Ja, ist das Messer drin, oder? Ja, ja. Oh! Verpacktes Elektronikteil, geil! Nummer 1. Kann man das mal aufmachen? Äh, nicht untersuchen, kombinieren, was? Äh. Was machst du? Ich komme in der Steuerung manchmal nicht zurecht. Guck mal. Dadadadada, tada! Schön, da haben wir schon mal eins davon. Das würde ich dann auch direkt einsetzen, oder? Oh, guck mal, da oben! Yay! Ja, Leute, ähm... Ja, das machen wir dann. Wir gehen jetzt erst mal raus. und dann werden wir da keine Slots mehr. Alles voll. Ich meine, wir könnten erst mal das Zahnrad wegpacken, wir könnten das Elektronikteil einsetzen, dann haben wir schon wieder drei Slots. Ja, hast recht. Und die Bretter können wir da lassen, dann haben wir vier Slots. Boah, der geht's echt nicht gut, dann. Genau, die Dinger haben wir auch noch. Ja, tu's rüber. Die Bretter? Willst du mitnehmen? Ja. Okay. Okay. Stimmtes Elektronikteil, wollten wir noch reinhauen und dann haben wir noch viel Slots frei. Falsch. Äh, doch, passt, oder? War das nicht hier? Ach, das Elektronikteil, meinst du? Dreimal im Kreis gerannt. Ja, das können wir ja direkt einsetzen. Rein damit! Gut, 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 gut. Dann gehen wir jetzt wieder hoch und rüber. Genau. Vier Schuss, gut. Aber wir können noch mal speichern jetzt. Ja. Ich bin hier verschluckt. Oh Gott. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder hoch. Wir sterben auch gerade ein bisschen, gell? Nein. Aber wir sind auf gelb, oder? Mhm. Geht noch. Regen magst du nicht so gern. Da scheut sie sich ein bisschen. Hattest du die Tische hinten gecheckt, ja, oder? Ja. Da ist ein... Was? Ey, weißt du, wo wir sind? Ja. Auf der anderen Seite vom Heli. Ja? Was habe ich dir vorhin gesagt? Ja, jetzt habe ich das geracht, du. Braucht ein Verbindungsspiel. Ja, genau. Und dann geht das Feuer nämlich weg. Geil. War da rechts nicht, wie es... Ja, ich will ganz kurz gucken, was hier unten war. Aber da gehen wir dann auch nochmal runter. Hast du die Bänke gecheckt, richtig? Nein, nein. Ich gehe da jetzt gerade hin. Da ist Milizio. Harmonie. Schön. Kannst du direkt nachladen. Dann ist die Packung auch schon wieder weg. Okay. Ja, dann lass uns mal hier reingucken. Ja. Cleaning in progress. Ja. Kann da mal irgendwie ein grüner kommen? Oder so. Ah ja, genau. Ja. Okay, cool. Wir sind direkt auf deiner Seite. Okay, dann ist hier nämlich nichts mehr. Dann können wir runter. Okay, dann gucken wir jetzt hier nochmal die Bänke an. Das sieht's gut aus. Okay, 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 okay. Wir sind draußen. Wir sind frei! Oh mein Gott! Aus unserer... Freiheit! Vielleicht sieht er mich nicht. Ganz leise. Kannst vorbeikriepen. Dahinter. Oh! Göttlich! Ja, das ist sehr gut. Doe ich die direkt kombinieren oder soll ich eins davon nehmen? Wenn wir gelb sind, frisst du eins. Ich esse das. Du isst es. Wie kann man da jetzt vorbeikriepen? Gar nicht. Okay. Elf Schuss ist lang nicht. Wir müssen aber. Wir kommen nicht weiter. Aber wir müssen irgendwie vorbeirennen oder so? Da ist irgendwas drin. Wir müssen die platt machen, gell? Ich hab das Messer! Oh, ich hatte es... Was macht sie denn? Was macht sie denn? Ist hier noch irgendwas? Weiss ich nicht. Aber noch ein Beide. Und noch ein Dreckig Beide. Hier vorbei. Rechts. Und wieder hoch. Das sieht ganz schlecht aus. Ja. Jetzt drück noch mal das Ding, weil das geht ja jetzt irgendwie in eine andere Richtung, oder? Ich glaube, es hat nicht viel gebracht. Oh nein, es hat doch was gebracht. Was machst du denn da? Jetzt kommen wir da vielleicht vorbei. Willst du nicht erst mal was fragt von der anderen Seite? What ist das? Was war denn das? Ich hab... Ich... 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 Willst du nicht... Ich dreh mich jetzt hier oben um, aber... Wir sind fast tot. Alter. Das war doch wieder so ein Genexperiment von fucking Umbrella. Zieh dir mal diese Packung da rein. Vielleicht war das ganz gut, dass ich weggerannt bin. Ja, war es auch. Du meinst, wir können wieder runter, aber ich würde echt den... Das Helikopter fragt von außen noch. Er kommt zurück. Ich glaube, wenn er unten ist, können wir vorbei. Alter, was ist denn das für ein Typ, ey? Boah, ist der krass. Der ist riesig. Man sieht ihn auch nicht so richtig, gell? Ähm. Der kommt hoch. Ne. Warte. Doch. Oh. Der ist da? Geh in den Safe-Room. Nicht runter, wo die Zombies sind. Kannst auch ruhig rein. Der kommt? Ich will nicht, dass der kommt. Ich will nicht, dass der kommt. Der eiert jetzt oben im Stockwerk rum. Der kommt doch jetzt nicht runter. Oh, fuck, ist das scheiße. Der hat irgendeine Tür aufgemacht, ja? Oh mein Gott. Was sollen wir jetzt machen? Soll ich jetzt rauslaufen und gucken, ob der... Aber der kommt doch nicht in den Safe-Room, Alter. Ich meine, wir müssen rüber. Bin ich sicher, dass der hier nicht rein kommt? Ne, bin ich mir natürlich nicht. Oh Mann, ich will das nicht spielen. Ich habe da zu viel Angst, ey. Werder geht's jetzt hier? Alter, da kriege ich den Herzinfarkt, gell? Dieses Stampfen auch. Naja, irgendwann müssen wir weitergehen, also... Der ist direkt über uns. Ja, ich höre es. Der ist gar nicht geheim, der ist offen. Das ist gar nicht cool. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, der ist auch noch so riesig. Der kam da rein. Ja, bin ich gesehen. Ich dachte, die Safe-Räume sind safe. Weißt du, Safe-Räume sind safe? Alter, übel. Okay, was tun wir jetzt? Wir gucken, ob er immer noch auf uns wartet. Nein. Zumindest stampft nichts mehr. Jetzt wieder. Der ist wieder raus, oder? Ist der da rechts rein vielleicht? Nee, der ist links. Ja, er hat wieder an der Treppe rum. Kann ich einschätzen, ob der hoch geht oder ob der runter geht? Nee. Ich trau mich nicht mehr rauszugucken, gell? Der geht weg. Jetzt läuft der weg. Der ist oben. Ja, klar ist er oben. Jetzt läuft er wieder. Was ist denn? Ah nee, da kommen wir nicht zurück. Durch die Kanalisation. Wir müssen dann eben vorbei. Okay, wir machen es jetzt so. Ich gucke jetzt da raus. Und wenn er da draußen immer noch ist. Dann müssen wir uns was Neues überlegen, okay? Geh hoch. Geh hoch, geh raus. Und wenn er kommt, renn Richtung Heli und nicht ins Safe-Raum. Genau. Okay, geh hoch. Und raus mit dir. Er ist draußen. Geh in Lager. Nee, komm scheiße. Geh raus. Der ist da unten wieder. Sicher, dass der unten ist? Nee. Geh runter. Ich glaube, der ist im Lagerraum. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ist er. Ja. Oh mein Gott. Nice, gut gemacht. Sehr gut. Check ganz schnell den Heli außen, bitte. Gibt es hier irgendwas? Nee? Nee. Okay, geh rein. Ey, wie krass ist das denn bitte gewesen? So. Ähm. Der ist hier. Denk dran, du kannst links runter, wenn er jetzt rechts kommt. Geh erstmal wieder zurück in die Haupthalle, oder? Was soll ich machen jetzt? Ja, runter in die Haupthalle. Darunter? Ah ja, in die Haupthalle zurück. Ja, genau. Und von dort... Ey, check mal die Tür. Können wir nach draußen? Nein. Okay. War hier noch irgend... Aber hier noch, check mal die Map kurz, ob hier irgendwo ein Raum ist. Ähm, nee. Da waren wir immer... Oh meine Güte, ey. Ich bin ganz, ganz... Ich will jetzt den Gang einfach weitergehen. Ja. Boah, wie krass der war. Was ist das? Das war das, ne? Der ist über uns immer noch, ne? Ja, der ist oben. Geht's hier raus? Falsch. Ja. Links, hinter. Genau. Oh scheiße, der ist jetzt bestimmt im Haus. Der ist ja auch. Da ist er. Alter. Wow. Ich speicher schnell. Ja. Chased er uns jetzt hier durch, oder was? Ja, das obere. Nimm irgendwo eins aus dem... Ja. Guck doch erstmal, wo wir lang müssen, dann können wir... Ich geh jetzt... Ich geh jetzt erstmal hier hoch, ja? Weil er ist unten und ich bin jetzt oben. Privatsammlungszimmer? Was war das für... Tür, Schaltschrank. Ja, lass uns mal ins Wartezimmer gehen. Ach so, das war... Ach so, das war... Nee, nee, ähm... Hä? Dann? Wir gehen mal hier rein. Was war hier noch? Ressour. Oh. Ja. Da kommen wir nicht hin. Geh mal 3F. Wir müssen ja in dieses Uhrending. Ja, da Uhrenturm. Ja, genau. Okay, wir gehen hoch. Ähm, wo ist die Treppe nach oben? Wir müssen ja noch die ganzen Räume aufmachen mit dem Schlüssel. Ja, ja, klar. Aber ich weiß nicht mehr, wo die waren. Ich bin doch ganz, ähm... erschrocken wegen diesem krassen Typ. Also gesehen, der muss sich so bücken und hat sich dann so am Türrahmen festgehalten. Es sah krass aus. Ich muss mir das aber auch nochmal angucken. Der war echt übel, ne? Jetzt bin ich ja wieder hier. Ja, ich frage mich doch, wo du hin willst. Ich suche die Treppe. Wir sehen die Treppe. Hier nicht. So, ich laufe jetzt noch nach oben. Und dann kannst du auch weiterspielen. Wollen wir hier? Okay. Was ist das denn hier? Wollen wir hier? Nee. Doch, Wander. Doch, doch. Ist hier noch irgendwas? Nee, da haben wir schon alles abgecheckert. Okay. Da ist der wieder zurück. Achso. Ich hab's jetzt so mit der Orientierung. Entschuldigung. Da war auf jeden Fall die Kurbel. Ja, gut. Die fehlt uns halt auch noch, ne? Dann gehen wir jetzt. Da müssen wir zurück. Da. Da ist's übrig. Ja. Ja. Okay, ich würd sagen, du spielst das weiter. Ich will dann nämlich nicht rüber gehen. Dann können wir jetzt hingehen, okay? Okay, cool. Also, dann, ähm... Er kommt. Wo soll ich jetzt hin? Wart mal, wo er hingeht. Wir sind noch nicht durch mit dem Teil. Er kommt, er kommt. Geh, 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 geh weg. Geh weg. Der kommt doch da. Rechts und runter. Wieder. Genau. Er ist so gruselig. Ich mag ihn nicht. Okay. Okay. Warte. Ich stelle mich noch normal wie ein normaler Mensch. Okay, Leute. Also dann, ich übergebe sehr gerne an den David. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Tschüssli. 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 Tschüssli.